So, neuer Tag, neues Glück. Hallo, herzlich willkommen bei Extension. Mahlzeit, Wille. Mahlzeit. So, große Attacke. Hier, töten Schweinekäfer. Interessiert mich überhaupt nicht dafür. Jetzt interessiert er mich. Oh, ganz viele kleine Käfer drin. Hat er gespawnt. Oh, sind die schnell. Oh, leck mich. Oh, ja, der ist schnell. Ich muss hier zu meinem Dodo freuen. Den sollst du angreifen. Ja, ich habe ihn angeklickt. Jetzt auf jeden Fall zum Angriff. Ja, der folgt dir. Ich hab die kleinen Kücher am Arsch. Oh, je. Oh, je. Ich hab zu glückbar. Boah, zieh stark. Hey, Dodo, killst du alle? Dodo, ich komm zu dir. Weg da, weg da hin. Ich hab hier nur einen am Arsch. Oh, der Dodo sieht schon ziemlich blutig aus. Unser Dodo? Ja. Okay, passiv. Komm, lauf weg. Komm mit. Komm mit. Passiv. Läuft doch weg. Hör auf. Oh, der ist tot. Das kann nicht wahr sein. Nein. Nein, jetzt hatten wir so eine Geheimwaffe Müller und haben ihn verschwendet. Scheiße. Okay. Also, von wegen Level 19. Das Prime-Heiter da auch noch aufgefuttert. Das war doch kein Prime-Heiter. Das war ein normaler Dodo-Rex. Ah. Übele Sache. Was hat denn denn noch in der Tasche? Wo ab? Hilfe. Ja, ich hab nix zum Angreifen. Nix, nix und 0, nix. Jetzt haben wir unser Boot. Ähm, ist das andere Boot noch da? Ich seh das andere Boot nicht mehr. Eine Scheiße. Jetzt hatten wir mal die Chance auf einen Dodo-Rex. Wir haben einen Dodo-Rex gehabt, Leute. Wir haben es verschwendet. Vor lauter Gier. Ja, vor lauter Gier, genau. Wer ist schuld? Willa ist schuld. Was? Der hat gesagt, es ist Level 19. Oh mein Gott. Willa, wie konntest du nur? Ja, ja. Ja, ja. Hört euch das an, hört euch das an. Wer macht mich immer fertig? Ist klar, ist klar. Ist klar. Nur eine Aufnahme ist das meistens so. Aber wenn die Aufnahme auf ist, dann kriege ich sie immer. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wie geil. Ja, was machen wir jetzt wieder mit der großen Attacke? Ich glaube, ist es schon wieder gelaufen. Bleibst du da hinten noch rum? Ja, halbe Stunde. Ja, ich hab noch mal das Hight geholt. Halbe Stunde haben wir noch. Halbe Stunde. Ah, sehr schön. Ja. Haben wir noch irgendwo zu schießen da? Ich hab nix mehr. Leider alles verloren. Irgendwie. Müssen wir was bauen. Was bauen. Kommen sie her. Ja. Guckt ihr, unsere Pflanzen stehen auch schon. Sehr schön. Sind die auch auf Alarm gestellt? Ja. Willst die alle in jeden angreifen? Ja. Ja? Ja. Okay. Hast du ehrlich gemacht? Umgestellt? Zumindest die eine. Die anderen komme ich noch nicht so richtig dran. Die eine. Jetzt gib dazu. Bau doch einen von der Schräge dran und dann kletterst du hoch. Ja. Das geht. Ja, probier mal aus. Das geht halt. Ja, probier mal aus. Will ich sehen. Das will ich sehen. Ah, hier oben. Wie hast du eingestellt, ne? Oder was? Ja. Aha. Ne, die habe ich eingestellt hier. Die hier. Die. Wie stellt mir die aus ein? Du musst eh festhalten. Jetzt sagt man, I range. Zack. Wenn ich Strukturen. Ja. Und dann, äh, soll alles angreifen. Ey, nur Player, oder? Ne. Was? Only Player? Only Player wird doch reichen, oder nicht? Range to only Player. Okay. Und was ist wenn der, wenn der Viecher? Only Wild. Alles. 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 Wake Up. Was heißt Wake Up? Aufwachen, ne? Aufwachen, ja. Ja, ja. Aha. So, okay. Ich komme da nicht dran. Das ist das Problem. Ich baue ne Kiste hin, oder sowas. Oder einfach mal wachsen. Wachsen. Ne Kiste. Guck mal. Ich baue ne Kiste. Zack. Kriege ich jetzt da hin. Das wäre der mit dem Sattel für das Team hier. Oh, hier ist Park Forward. Park Forward, her damit. Zack, use. Zack, place. Hä? Was jetzt? Sondern jetzt? Ah, hier hat es reingeschmissen. Ah, ich kann keine, kann nichts mehr platzieren. Too many structures. Hahaha. Hahaha. Deswegen kommen wir doch nicht hoch. Moment mal, dann müssen wir mal hier eine abreißen. Dann haben wir ja zwei Stück an zu viel. Femulieren. Zack weg. rein. Wir zu. Lass mich durch. Das wäre ja cool, wenn die, ähm, wenn dieses Dinge dann die Leute erschießt. Zumindest verlangsamt. Dann würde ich mich wohl verarschen. Dann würde ich mich wohl verarschen. Ich habe, äh, die Kiste gebaut und ich kann jetzt immer noch nicht da hoch. Ich habe, äh, ne, äh, ich habe nicht Kiste gebaut, sondern, ich habe, habe, habe. Wir haben kein Holz mehr, oder? Was? Was? Ich wollte noch einen Wassersack haben. Ich habe einen Wassersack noch für dich übrig. Ne. Ich will nichts von deinem Sack. Erinnert mich. Hast du Pech gehabt? Ich bombardier mich nicht mit verdammten Dingern zu. Ach, komm her. Ach. Ich hasse diese Scheiße. Nein. Geht nicht. Too many structures. Der will mich wohl verarschen. Ich habe eben gerade eine Schräge abgerissen, jetzt kann ich das nicht machen. Weck mich doch mal. Wie heißt denn der Sattel für dieses Tier hier? Komm mir da nicht hin, ne? Das ist ja wohl die Härte. Wer ist denn der Vieh denn? Der was mit T, ne? Ups. Wollte ich doch gar nicht. Kann ich halt Flaschen mit den Pflanzen mit einstecken? Das ist wahnsinnig. Terry. Terry? Heißt der irgendwie Terry? Terry Zonosaurus. Genau. Werted by Smivy. Ach. Wir fahren jetzt noch nicht hin. Gucken ob wir da irgendwie ihn finden. Kann den Bau in den Sattel? Ah, den Bau in den Sattel. Ähm. Ich fahr jetzt mal. Wohin fahren wir denn? Um die Insel drumherum? Hier ein Hai-Gebiet? Ist nicht so gut, oder? Ach, ich fahr einfach mal. Fahr einfach. Ich fahr einfach. La Paloma. Ui. Tak. Sattel. Hm. Dann kommst du von da oben an die Pflanzen dran. Wenn du mal kurz anhältst. Weil sonst bin ich gleich mal über Bord. Ja. Angehalten? Ja. Ja. Bin dran. So. Hi. Only Players. Ne, alles. Alles angreifen. Okay. Only White. All Targets. Ja. Der dann auch, oder hast du die schon? Eine hab ich schon. Die über der Schmiede hab ich. Die hast du? Hast du ne Klappe? Muss Wasser? Hm. Wo häng ich denn hier? Achso. Lass' wir los. Lass' wir los. So. Jetzt springst du dann links ab, oder wat? Gibt's doch gar nicht. Ich hätte gerne ne Waffe. Irgendwat. So. Only White. All Targets. Zack. So, die ist jetzt auch umgestellt. So. Der schießt schon auf irgendwas. Das können ja auch Tiere sein, ne? Hast du denn auch die auf Heil gestellt? Ja, hast du. Gut. Möglich hab ich das. Ja gut. Weitermachen. Zack. Longneck. Und jetzt. Longneck ist drinnen. Longneck hab ich schon gebaut, ja. Ich brauch nur ein bisschen Munition dafür und ein Scope kannst du bauen, wenn du willst. Nee, geht nicht. Wir haben zu wenig Kristall. Was? Wir brauchen hier 20 Kristall pro Scope. Oh komm, du machst mich fertig. Ja, ist so. Guck nach. Du lügst doch. Das ist kein Fittist hier. Ich glaub dir das doch, Mann. Ein Scheiß ist das. Die Waffen brauchen ja auch wesentlich mehr Metall als ein Fittist. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt. Wir finden ein Boot und unsere Pflanzen werden die erschießen. Fahr doch eigentlich mal. Na, ich fahr doch. Nachdem wir unseren coolen Dodorex geopfert haben, wir Idioten. Ja, echt mal. Das wär ja unsere Siegchance gewesen. Das wär wirklich schon die Siegchance gewesen. Dann hätten wir uns irgendwelche bösen Leute ausgesucht. Oh, guck mal, da ist ein Alpha. Glattermann. Kannst du das hier sehen? Ich bin grad am basteln. Was willst du denn schönes? Äh, Gunpowder. Gunpowder. Oder sollen wir den Uffpasse besuchen? Der hat bestimmt eine Redwood gebaut. Oh, mir ist wurscht. Gunpowder. Da hinten ist noch... Brauch noch mal Kristy, dann können wir ein Attachment noch mal bauen. Ein Attachment bin ich, fühl ich mich immer sicherer. Echt? Ja. Ja. Ich fühl mich wohler. Da brauchen wir noch Kristall. Okay, ich hab sonst auch nichts zu schießen. Ich hab keine Doppelläufige... Kannst du bestimmt bauen, oder? Jetzt greift halt irgendetwas in der Luft an der Verrückte. Doppelläufiger? Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier, da kommt Besuch. Guck, 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 guck mal. Jo. Au, aua! Au, ab. Sack! Ausnehmen, bitte. Ha, 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 ha! Hat nix drinne. Hack ihn weg! Hack ihn weg! Die Pflanzen sind super! wir müssen jetzt nur ein anderes schiff finden oder oder ein spieler mit dem vogel auf dem vogel drauf wie war das noch mal kann du kannst du eine doppelläufige bauen da ein metall fehlt muss doch brutzeln echt ein für sich kann so ein wir sind doch doof wir hätten den käfer zum boot ziehen sollen hätte die pflanzen auf den eingeschossen wäre der verdammte käfer level 19 5000 unser dodo rex gehabt und hatte nicht fertig gemacht wir hatten den dodo rex doppelläufige wird hergestellt sehr schön und ein bisschen muni dafür ja bitte ich habe eine pistole und habe ein sniper gewehr habe ich auch noch für mich auch mal auf kanu island war der bauter auf was auch ab und ab und zu mal gucken noch reche hund reche hund sagt wir werden irgendwann finden amort zack und sonst langen beschossen wird damit ich totlachen wenn der über bord gehen da kann ich hast du denn noch fleisch dabei weiß ich nicht woher mal hier unser 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 komisches hühnchen hat fleisch im inventar und der dodo hat auch fleisch im inventar ich habe in irgendein dodo fleisch gelagert jetzt ist ein schiff da ist ein schiff schiff voraus schiff voraus attacke die sind voll am glühen die werden jetzt beschossen jawohl die fahren auch weg die trauen sich nicht mehr ha 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 macht die auch das sind steuer mann erschießen also als gut es kommt aber ich ja nicht mit bis sechs Prozent geben dann warte natürlich dazu wurde erschossen wird wir holen auch wir holen auch so attacke 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 wifte mal weiter die uns gesehen haben waren so komisch sie hoffentlich nicht werden sie sich gleich erschrecken am besten sollen sie rauskommen das wäre am besten warte die Tür auf wenn sie von den pflanzen beschossen fahren komisch hin und her ja haben sie mal angehalten wo ammer die kriegen wir nicht kriegen wir nicht habt nochmal hey ihr da vorne wir haben eine frage wo sind eure marken wir fahren einfach weiter aber ich glaube die wollen um die insel rum fahren wir werden denen den weg abschneiden werden die den weg abschneiden gleich werfen die in granate packen die granatwerfer aus ach schuss für die doppelläufige habe ich erstmal ja sehr gut ich würde sagen wir holen langsam sicher auf sehr gut wir fahren falsch wir fahren weiter innen sehr gut jetzt biegen die ab ich sehe nix mehr alles klar Tür auf ich sehe sie 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 hauen ab die drehen ab bleiben sie stehen ich sehe sie nicht mehr doch da sind sie noch Tür ist offen ich sehe sie wir müssen immer direkt den kurs weg abschneiden so sehr gut weg abschneiden passt ist nicht mehr weit ich sehe den steuermann er schieß ihn Pfeffer nein leider nicht ich weiß jetzt auch nicht wie weit ich vorhalten muss nein auch nicht er schießt den verdammten steuermann auch nicht auch nicht gibt es aber gar nicht ist die pflanze auf high eingestellt hier die pflanze ja ja ist sie wieso schießt der denn da noch nicht woher noch nicht ja mhm der ist im gebäude drinnen ne deswegen vielleicht du triffst nix ne ne die biegen wieder ab wir haben was rausgeschmissen mann 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 ich würde ja gerne mal sagen du fährst weiter aber jetzt schießt er jetzt schießt er wir müssen noch näher ran ok ich halte mir innen auf das dinge zu wie ist er auf den oder auf den anderen ja 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 du schießt auf den ich habe ihn getroffen da ist nämlich jetzt einer draußen der schmeißt granaten er trifft uns aber nicht ja ich bin einmal getroffen ich bin dann er schießt granaten ich will den an leder Also für eine Granate ja, aber lächerlicher Versuch. Was ist denn der hin? Eigentlich nicht. Komplett falsch. Wir hauen alles raus an Granaten. Lass doch mal raushauen. Ja, finde ich auch. Immer schön den Kurs korrigieren. Verdammt. Elm Krimmels, er kann nicht schießen. Wir haben nur eine Frage. Wo sind eure verdammten Marken? Er gebt euch. Oh. Er gebt euch. Verdammt. Die fahren immer weiter. Gibt es doch nicht. Ich baue nochmal für dich ein paar Schrotmoni. Ich würde gerne den Macker erschießen. Kannst du wohl nicht so einen Enterhaken bauen? Enterhaken? Oh, da muss ich mal gucken. Na, so einen Haken. Und dann von hier aus darüber schießen. Dann ziehst du dich ran. Der Haken. Der Haken. Der Haken. Der Haken. Der Haken. Der Grappling Hook hieß das, ne? Ja, Grappling Hook. Und eine Crossbow. Grappling Hook kann ich bauen. Crossbow. Der fährt außen rum. Crossbow kann ich schon bauen. Sehr schön. Weapons Range. Crossbow wird gebaut. Grappling Hook. Wo denn? Feuerarms? Geiste. Wir sind aufgelaufen. Nein. Gott. Wer schießt hier? Wo war ich denn? Womit der schießt? Wir stehen in der Türe drin. Drüber. Aha. Jetzt. Er schießt den Macker in der Tür. Feuer. Ja, die Tür wieder zu. Das war ein Treffer. Passiv. Passiv. Ab ihn. Einmal. Mach die Tür wieder auf. Er hat wohl keine Granaten mehr. Ja, die bauen wieder neue. Ja. Und den Typ unten am Steuer, den triffst du nicht? Den kriegst du nicht, ne? Okay. Sicher. Den an der Tür kriegst du? Den kriegst du ohne Probleme. Aber den unten am Steuer nicht. Ich glaube, der ist geschützt irgendwie. Das ist doch ein Bescheid. Ja. Ne. Kriegst du nicht. In den Grapplinghook passte? Ne, hab ich noch nicht. Warte. War grad am gucken, wo ich die herstellen kann. Ähm. Der war gut geworfen. Hatte ich getroffen? Ne. Okay. Ich hab keinen Schaden bekommen. Oh. Jetzt aber. Das hat er gut geworfen gehabt. Ist noch eine hier drinnen? Eieieieiei. Da ist die Hütte im Arsch. Lächerlich. Ich stell mir eure Granaten her. Feiglinge. Oh, der Grapplinghook. Verdammt. Na gar nicht. Irgendwann mal die Porte kommt, das muss ich abbrechen hier. Ne. Brech. Brech ab. Ich bin die Grapplinghook nicht. Ja, halt dich an. Mann, Mann, Mann. Ich hab die gelernt, aber... Guck. Ach, auch in der Workbench. Wir haben die Workbench auch gar nicht. Was ist das denn für ne Scheiße? Die sind weg. Boah. Eine Kacke. Prime do the most kill. Hast du ihn auf dem Feuer stehen lassen? Boah. Ja, möh. Naja. Na, warum komm? Jedenweil. Hat sicherlich gemeldet. Vila, vila, vila. So wieder. Kein Feuer mehr da, nix mehr. Ja, ist ja alles weggebombt. Ja, gib mir mal was zum Schießen, wenn die Nummer wieder kommen, dass wir irgendwas haben. Zieh dir mal was an. Du läufst hier nackig rum. Wieso lauf ich nackig rum? Dann ist alles kaputt gegangen. Hab nix zum Anziehen. Nackig? Ja. Tatsächlich. Ich hab nix. Workbench können wir nicht bauen. Geht nicht. Ja. Leider. Das sieht ja schon wieder sehr schlecht aus. Hier ne Brust muss ich bauen. Und nen Hut. Hut hab ich dran. Du Mann, die Dodo wechs ich gekillt. So, zack. Da sind die Typen, die sind weggefahren. War bestimmt der Opa. Mensch. Komm, ich fahre jetzt. Zack. Jetzt ist schon alles im Arsch hier. Vorsicht, ich fahre, ne? Ja, fahre. Ja, fahre. Ich setz mich auf das gute Tier. Ja, Leute. Das war ja wieder traurig, traurig. Repplinghook gab's keinen. Oh Mann, oh Mann. Nee, kannst du in der Workbench nur herstellen. Hm. Meine Scheiße. Und dieses blöde Ding hätte doch auf den Fahrer schießen sollen. Diese Blume, das geht auch nicht. Was geht denn hier verdammt nochmal? Dicks. Eine Scheiße. Ja. Frechheit. Unsere Hütte haben wir viel zu groß gebaut. Kein Dach drauf gekriegt. Oh mein Gott. Die Blumen sind verrottet. Eine nur, ne? Zwei leben noch. Ne. Zwei sind weg. Zwei sind weg? Oh ja, sehe ich. Und wieso sind die verrottet? Ich denke mal, wir in den Granaten, ne? Quatsch. Die sind gerade verschwunden. Die haben nichts zu essen. Kein Dünger mehr. Ja. Einfach Scheiße. Ja, einfach Scheiße reinstecken. Habe ich keine. Ja und Scheiße. Halt mal an. Woher krieg ich? Kann es was. Kann es was. Warte, anhalten. Ja, wie doch. Wie kann man die, die, die Viecher kacken lassen? Äh, mit Strimpberries. Aber ich glaube, das ging nur beim Schwein, ne? Ne, du gibst irgendeine Taste für. O. Ja, O ist bei mir nix. O ist bei mir wegwerfen, glaube ich. Drop Item ist das gut. Du bist auch ein O. Also, man. Defeat. Defeat hier. Ü. Da. Ü. Ja, jetzt Ü. Ü. Mach kacka. Not ready. Sagt der. Ja. Er macht keinen Kacka. Ich. Ich hab Kacka gemacht. Kwein. Na, gib mir die kleinen Kacka Haufen. Kleine Köttelchen. Und jetzt, wie komm ich da dran? Wie bist du denn da dran gekommen? Mit dem Tier. Ja, wie mit dem Tier? Ich bin auf dem Tier. Und jetzt? Ja, einfach da rum springen. Wenn ich absteige, dann... Was lachst du denn? Ich absteige, falle ich einfach runter. Ich kann nicht springen. Echt? Bei mir? Bei mir ist er rechts abgesprungen. Ja, jetzt haben wir keine Pflanzen mehr. Jetzt ist die Pflanze auch. Ah. Leute, Leute, Leute. Das läuft ja wieder. Es läuft perfekt. Före wir weiterfahren. Ohne Pflanzen. Brauchen neue Pflanzen, verdammt nochmal. Du hast da neue Samen. Samen sind im Schrank. Mach du mal. Kacka. Ich sorg für Kacka. Kacka. Kacka, 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 kacka. Wieso ist denn der not ready? Dumme Fall. Guck. Ich bin hier oben. Weißt du gar nicht, was du hast? Ja, und wie hast du das gemacht? Aufgesprung. Jetzt? Jetzt hier das. Eat. Einmal Kacka. Bitteschön. Und Wasser muss da rein, ne? Wasser ist... Ist noch voll. Wasser ist noch voll. Mach Kacka. Not ready. So, auf die andere Seite? Das ist einfach. Tja. Was war das denn? Was war was? Hey, bist du weiter gefahren? Mann über Bord. Mann über Bord. Mann über Bord. Mann über Bord. Villa Villa Villa. Geh dich hoch. Einfach nur ein Boot einsteigen. Oh mein Gott, was für ein Chaos. Ja Leute. Schönes Wetter zum Abschluss. Würde sagen. Dann machen wir auch mal Schluss und gleich Siegerehrung. Also wir sind definitiv nicht dabei, würde ich sagen. Oh Mann. Wer weiß. Eben streng dich mal an. mir juckt es mir juckt es so ein Zeigefinger blöder Sack ich bin zack hau ich mal in die Rübe das hast du nicht alles verdient ich hab mich schillt so in diesem Sinne bis zum nächsten Mal habe die Erde tschüss oh man